Herzlich willkommen in Madrasanat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ich hoffe, allen geht es gut. Unsere Lektion für heute ist Wie analysiert man eine Prüfung für das Abitur? Die Lektion hat mit der ersten Einheit der Schulburs zu tun, die deutsche Sprache Gholinda und Algerien, mit der deutschen Sprache, die deutsche Sprache und die deutsche Sprache. Wir werden in diesem Überschuss lernen, wie die Fahne und die Sprache die Sprache und die Sprache die Sprache und die Sprache die Sprache. Wir freuen uns auf Allah und wir beginnen mit der Sprache die Sprache. Seben Sie gut. Berlin ist die Hauptstadt Deutschland. Und gleich Einwohner mit etwa 3,7 Millionen Einwohner. Berlin ist sie die größte deutsche Stadt und auch die größte Stadt der Europäischen Union. Sie liegt im Osten Deutschlands und wird von allen Seiten des Bundeslandes umgeben. Heute leben in der Stadt viele Menschen, die aus anderen Teilen Deutschlands oder aus anderen Ländern der Welt kommen. Dadurch ist Berlin eine sehr bunte Stadt mit der unterschiedlichen Stadtteile. Ein Drittel der Stadtfläche besteht aus Wald, Wiesen und Wasser. Es gibt viele Parks und Sehen, wohin die Berliner im Sommer gerne baden gehen. Durch die Stadt fließen auch zwei wasserreiche Flüsse, die Spree im Osten und die Havel im Westen. Nach Berlin kommen auch viele Menschen aus aller Welt zu Besuch. Berlin ist sehr bekannt für seine Museen und hat ein großes Angebot an die Kultur, wie klassische Konzerte, Kinos, Galerien, Theater und auch Sehenswürdigkeiten, wie das Brandenburger Tor, der Reichstag, der Fernsehturm oder der Zoo. Außerdem kann man in Berlin viel über die Geschichte Deutschlands lernen. Viele Fernsehsender, Zeitungen und auch andere Firmen haben ihren Sitz in Berlin. Es gibt auch mehrere Universitäten und Hochschulen, an denen viele ausländische Studenten studieren. Berlin ist eine Stadt des Sports. Man findet in Berlin mehrere bekannte Fußball-, Handball-, Basketball- und Eishockey-Vereine. Zum großen Leicht-Athletic-Fest im Sommer kommen viele Menschen aus aller Welt. Text, verstanden Sie? Hier kann man einfach 7 Punkte bekommen. nicht mehr bekannte, dass Sie jetzt hätten den affirmetenpeace diveinen können. Infrastrukturайте B. Ist ich halt mein Nass? A. Berlin hat die größte Einwohnerzahl in Deutschland. Richtig oder falsch? Sحيح oder sch Fehler? Hier ist die Antwort richtig. Zitat aus dem Text. Mit etwa 3,7 Millionen Einwohnern ist Berlin die größte deutsche Stadt. B. In Berlin leben nur die Deutschen. Ja. Richtig oder falsch? Und die Antwort? Falsch. Ja, ich bin nur die Deutschen in der Allmanie. Ja, Zitat aus dem Text. Heute leben in der Stadt viele Menschen, die aus anderen Teilen Deutschlands oder aus anderen Ländern der Welt kommen. C. Berlin hat keine Waldfläche. Berlin hat keine Waldfläche. Das ist falsch, ja? Berlin ist eine grüne Stadt. Ein Drittel der Stadtfläche besteht aus Waldwiesen und Wasser. Die Berliner Sportvereine sind sehr bekannt. Sind sehr bekannt. Richtig oder falsch? Hier richtig, ja? Zitat aus dem Text. Es gibt mehrere bekannte Fußball, Handball, Basketball und Eishockey-Vereine. Ja, ja? Ja, Aufgabe 2. Fragen zum Text. Es gilt anders. A. Wie viele Einwohner zählt Berlin? Berlin zählt Berlin? Ja, was ist Berlin? Berlin zählt etwa 3,7 Millionen Einwohner. B. Berlin zählt 3,7 Millionen Einwohner. Ja? B. Welche Zinswürdigkeiten bietet Berlin den Touristen? Welche Zinswürdigkeiten bietet Berlin den Touristen? Welche Zinswürdigkeiten bietet Berlin den Touristen? Die Antwort ist von allen. Berlin bietet den Touristen viele Zinswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor, den Reichstag, den Fernsehturm und den Zoo, ja? Hier erklären Sie den folgenden Satz. Nach Berlin kommen auch viele Menschen aus aller Welt zu Besuch. Hier sollten Sie versuchen, mindestens ein Synonym für ein Wort im Satz zu finden, damit die Antwort vollständig wird. Hier ist es ein Satz, eine Erklärung, eine Erklärung. Viele Touristen aus der ganzen Welt besichtigen Berlin. Ja, andere Erklärung, ja? Viele Leute wollen Berlin anzigen. Aber wenn wir uns sehen, die Frage, die wir von uns besichtigen. Nach Berlin. Nach Berlin. Ja, viele Touristen aus der ganzen Welt besichtigen Berlin. Ja, viele Touristen aus der ganzen Welt besichtigen Berlin. Aufgabe 3. Kombinieren Sie. Hier ist es ein Erbitt. 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 Bissahem. Das ist ein Erbitt. Für die Tür. Aber das ist ein Erbitt. Der Schild. Der Schild. Der Schild. Der Schild. Der Schild. Der Schild. Deutsch Allgemeine Hier sind die Fälle Sprachen Grenzen Produzieren Bezichtigen Bezichtigen Nachbarland Er hat eine Verkaufung mit den Fällen Grenzen Industrie Produzieren Die Fälle Museum Bezichtigen Deutsch Deutsch Allgemeine Sprachen Sie sprechen Sie sprechen Also Aufgabe 4 Geben Sie dem Text einen Titel Achte Einwänen für die Menschen Die Einwänen ist Berlin denn die Menschen sprechen über Berlin Berlin Andere Titel können auch Berücksichtigen werden Einwänen kann sein Einwänen 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 Vielen Dank für's Zuschauen und viel Erfolg Wir sehen uns die nächste Woche im Dressen und die Möglichkeit über die Möglichkeit der Fikra auf die deutsche Sprache der Sprache der Sprache der Sprache der Baccalaureate und viel Erfolg Vielen Erfolg